Hallo liebe HZT-Fans, die Vorfreude auf das Weihnachtsspiel steigt. Ab heute könnt ihr euch gratis Stehplatz-Tickets ergattern. Sucht in der Thurgauer Zeitung oder auf unserem Social-Media-Kanal nach einem entsprechenden Bon und geht damit in einen Partnerstandort. Entweder in Brandi mit dem Thurgauer in Weinfelden, in Madurin Essen und Genissen in Weinfelden oder in der Bäckerei Mohn in Solgen. Dann können wir gegen das Vorweisen von eurem Bon das Gratis-Ticket übertragen. Obwohl das Feinste noch dazu gibt.